So, läuft. Dann machen wir jetzt nochmal eine Klappe. Das war die Klappe. So, kleine Drehpause, da will ich euch mal eine nette Geschichte erzählen, die mir gerade passiert ist. Oder besser uns. Ich bin seit 26 Jahren Inhaber einer Filmredaktion, aber ich gehe tatsächlich nur noch recht selten ins Kino. Ich habe ja Mitarbeiter. Aber gestern war es dann soweit. Meine Frau und ich haben gesagt, ey, wir gehen ins Kino, wir gucken uns mal den Dr. Strange an. Ich bin großer Dr. Strange-Fan. So, gesagt, getan. Suchen wir uns ein Kino raus. In Berlin gibt es, ich weiß nicht, 250. Haben uns ein schönes, modernes, einer großen, bekannten Kette rausgesucht. Kette sage ich euch jetzt nicht, tut ja auch nichts zur Sache. Und gehen hin. An der Kasse schon das erste. Ich wundere mich mal. In der Woche 3 läuft der Film schon in dem kleinsten Saal. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Weil das ist eigentlich ein recht großer Film und ein sehr teurer Film. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dafür auch eine Menge Leute gibt, die sich den vielleicht angucken wollen. Aber gut, okay. Wir sind an der Kasse. Ich sage Mitte, Mitte. Und ich bezahle für mich und meine Frau 30 Euro. 30 Euro. Überleg mir jetzt bitte, wir sind in Streaming-Zeiten, auch Disney Plus, wie viele Monate Streaming ich mir davon leisten kann. 30 Euro für zwei Karten. Zu Hause kann ich Disney Plus und Amazon und wie sie alle heißen, den ganzen Monat mit so vielen Leuten gucken, wie es mir passt. 30 Euro. Dazu kommen nochmal 12 Euro für zwei kleine Cokes und zweimal kleines Popcorn. Weil meine Frau mag salzig, ich mag gerne süß. So, da sind wir schon mal um einiges ärmer geworden. Aber gut, tut jetzt auch nicht so wirklich viel zur Sache. Wir gehen ins Kino. Kleinster Saal, Saal Nummer 9, ist ein Schlauch mit 23 Reihen A6-Plätzen. 23 Reihen. Das ist also ungefähr, sagen wir mal, von den Dimensionen etwa so wie ein Flur in einer Behörde. Schön lang, aber schmal. Und wir sitzen in der Mitte so ungefähr. Da sind ja sechs Sitze. Und der Bildeindruck ist so ungefähr wie in den 90er Jahren, als es noch Röhrenfernseher gab. Da saß man fünf Meter weg und hat da ein 70-Zentimeter-Bild gehabt. Also so ungefähr war dieser Eindruck. Ich dachte, das kann nicht sein. 30 Euro. Werbung. Großer Fan. Ich liebe Werbung. Gerade im Kino. Ich lebe von Werbung. Im Kino finde ich das immer ganz besonders lustig und unterhaltsam, weil es halt eben alles so ein bisschen semiprofessionell ist. Und man lernt natürlich dadurch auch mal ein bisschen die Firmen, die so in der Gegend sind und dort Werbetreiben mal kennen. Hat eine unterhaltende Komponente. Ein bisschen unfreiwillig komisch manchmal. Finde ich toll. Ertrage ich auch eine Viertelstunde. Gar kein Problem. Dann kommen die ganzen Trailer. Finde ich auch wichtig, weil ich möchte gerne vielleicht nochmal einen anderen Film gucken. Ganz, ganz toll. So, dann kommt der unvermeidliche Eisverkäufer, der uns maltretiert und sein Magnum oder Cornetto oder was auch immer andrehen will. Der ist natürlich schon ein reiner Comedian halt eben. Weil der hinterlässt doch mal einen kleinen, flotten Spruch und sagt so, hey Leute, ich gehe hier erst raus und mache das Licht aus, wenn ihr meinen Kopf leer gekauft habt halt eben. Wunderbar. Wäre vielleicht eine Idee, habe ich mir gleich eine Notiz gemacht, hat Mensch, Kinos mal empfehlen, gerade in den großen Ketten, das Unterhaltungsprogramm schon im Foyer zu machen. Verkauft das Eis da und der Eisverkäufer ist ein arbeitsloser Comedian. Vielleicht klappt es ja. Merkt es euch mal. So, Eisverkäufer ist fertig. Hat ein bisschen schlechte Laune, sind ein paar Eistüten übrig geblieben. Sagt viel Spaß, macht es euch gut und tolala. Und drückt ein paar Knöpfe, sodass das Licht ausgeht und der Film anfängt und geht raus. Tür knallt. 21, 22, 23, Tür geht auf. Ein paar Leute kommen rein halt eben, die sich entweder die Werbung nicht antun wollten, die Uhrzeit nicht lesen können, was auch immer. Aber sie werden reingelassen. Sie dürfen rein ins Kino, obwohl jetzt fängt der Film an. Ja? Während einer Aufführung? Naja, egal. Die kommen natürlich der 2-Meter-Schrank vor mir und seine Mandy, neben ihm halt, die 1,60 groß ist. Marcel, ich habe ihn ja dann kennengelernt halt eben, habe ich freundlich gebeten, die sagten, macht es dir was aus, vielleicht einen Platz weiter rechts oder links. Dazu muss ich nämlich sagen, das Kino war fast leer. Ja, also es gab jede Menge Plätze. Warum? An der Kasse natürlich nun ausgerechnet so ein Riesenschrank Marcel, wenn die Kassentante da sieht, oh, die bleiben bei den Plätzen dahinter. Die sind ja schon belegt, den ein bisschen weiter links oder rechts zu setzen. Könnte man mitdenken. Hat mich ein bisschen gestört. Ich habe Marcel gebeten, ich sage, macht es dir was aus, Plätze zu wechseln. Nein? Okay. Dann macht mich doch bitte wenigstens ein bisschen klein, damit ich jetzt auch was sehen kann. Gut, war damit einverstanden. Da blieb ich mir auch keine andere Wahl. Ich bin ja ein großer, starker Typ. Und habe dann halt eben während der Film begann immer so asynchronisiert seine Kopfbewegung mit meinen in die entgegengesetzte Richtung, damit ich wenigstens was sehen konnte. Dann ging das nächste Mal die Tür auf. Und jetzt kamen halt eben zwei Frauen, junge Frauen, mit ihren H&M-Tüten und was sie da alles waren, auf dem Shoppingrausch gewesen. Und natürlich, sie müssen rechts neben mir sitzen. Kino fast leer. Nein, wir müssen aufstehen. Der Film läuft schon. Wir müssen aufstehen und die beiden Pippis da durchlassen mit ihren ganzen Taschengarages. Die mussten sich ja erstmal setzen und dann müssen sie erstmal nur... Und nochmal die Handys und... Wir wollten den Film gucken. 30 Euro. So, der Film geht weiter. Wir gucken uns das an, es knallt tierisch, wunderbar. Ich, großer Fan von Marvel-Filmen, finde ich schon immer. und war irgendwie ganz toll. Dann musste Marcel unbedingt sein Filmwissen kundtun, während des Films. Und musste Mandy darüber informieren, dass da wahrscheinlich noch gleich Tor um die Ecke kommen wird. Finde ich ja toll, dass man mir schon während des Films noch Informationen gibt, die ich vielleicht gar nicht brauche. Mandy ist total aufgeregt. Das Irre, dass ihr Mann so viel über Filme weiß, dass vielleicht gleich noch Tor vorbeikommt. Ganz großartig. Ich bin Marcel sehr dankbar dafür, dass er Mandy so beeindrucken kann. Dabei muss ich schon sagen, ist es super. Weil Marcel hat eine der heutigen Fähigkeiten, ist ja von jungen Leuten mit kurzen Haarschnitt und großen Muskeln, ist ja ganz oft, dass die halt eben Sätze aus maximal fünf Worten bilden können. Ohne jedes Adjektiv. Und muss mindestens zweimal geil drin vorkommen. Oder cool. So was. Also, okay, alles in Ordnung. Das muss es auch geben. Wir gucken jetzt den Film. Dann sind die ersten 30 Minuten rum und meine beiden Ladies neben mir müssen mal Pipi machen. Konnten sie ja jetzt nicht mehr vor, hatten ja so viele Taschen. Also gehen sie nacheinander, weil eine Frau muss ja auf die Taschen aufpassen, damit ich jetzt nicht die H&M-Schuhe daraus klaue. Raschel, raschel. Entschuldigung. Müssen aufstehen. Und fünf Minuten später das gleiche Prozedere nochmal. Aufstehen. Die darf wieder rein. Aufstehen. Die andere darf raus. Aufstehen. Die kommt wieder zurück. Also ganz ehrlich, liebe Kinobetreiber, liebe Mandy, lieber Marcel, das ist echt scheiße. Wenn ihr im Kino quatschen wollt, wenn ihr im Kino telefonieren wollt, ja, macht das draußen. Ja, rülpsen, furzen, schlecht riechen, das kann ich alles, kann ich alles noch mit ertragen. Das finde ich in Ordnung. Aber ich habe gerade 30 Euro ausgegeben, um diesen verfickten Film zu gucken. Und ihr habt nichts anderes zu tun, als da auch 30 Euro auszugeben oder habt ihr ein Abo, um halt eben im Kino zu quatschen und ans Handy zu gehen. Seid ihr neureich oder dumm oder was? Aber wenn ich im Kino bin und ihr seid im Kino, dann seid ihr doch da, um diesen Film zu gucken. Wenn ihr quatschen wollt, geht in den Park. Aber wenn ihr im Kino seid, haltet eure Schnauze. Ja? Danke Marcel. Danke Mandy. Danke die H&M-Tüten-Trollers. Und danke, liebe Kette. Und danke, H&M.